Sondern irgendwas anderes. Die hat sich aber Zeit gelassen. Ei, ei, ei. Netter Zeitgenosse ist nett. Warte, ich krieg grad wieder zu fischern. Das mag mir nicht gefallen. Au, au, au. Ach, was machst du denn da? Hinrichten? Okay, das war... Scheiße. So, okay. Ja, das Kerl. Alter, ist das verwirrend. So. Kopfschuss. Brustschuss. Mann. Wo ist der Kollege? Das interessiert den nicht, dass ich den... ...zu verlangsamen. Was? Wo? Das Kerl, okay. So. Wo bist du? Da bist du. Wo? Ich treffe den nicht. Wo? Wo? Mach so viel Schaden. Mach so viel Schaden. Ach verdammt nochmal. Mal. Ich bin so schlecht. So, wieder komische Hinrichtungsszene, bei der ich dann selber sterbe. Oder auch nicht. Ja, nicht genug Mana. Thank you Captain Obvious. I really needed your help. Hilfe, 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 Hilfe. Sachs. 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 So, was haben wir denn noch da? Ich könnte mich mal heilen. Ach komm. Geht doch. So. Alles. Altbacken. Verbacken. Totgemacht. So. Das nehm ich jetzt mal. Meine Güte. Halten die viel aus. Warum auch immer. Ja. Das ergibt keinen Sinn. Aber egal. Ach und bewegen sich so schnell. Ich glaube ich sollte dann doch eher auf nem schnellen Bogen umstellen, umsetzen. Ah. Er hat nen Zaubertrank gefunden. Was? Warum? Das ist nicht fair. Warum? Sind auf einmal so viele da. Nur wegen so ner prägerierten Kachin. So. Mach Sterbi. Aua. Ja jetzt wirft er noch mit Feuerwellen. Als wär das nicht schon genug hier unten. Ach und er heilt sich auch noch. Das ist natürlich auch sehr geil. Hinrichtung. Wie auch immer das funktionieren soll. Es hat auf jeden Fall funktioniert. Auf jeden Fall lässt sich hier zumindest irgendetwas hinrichten. Finishing. Au. Nicht so wie zum Beispiel bei Vindictus. Ah ja 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 ja. Out. Ja. Gut. Wieso hältst du so viel aus? Ja. Auf damit. Das tut weh. Das tut weh. Heilung. Der chinesische Gesundheitsminister Heilung steht zu ihren Diensten. So. Mehr. Mehr auf mit dem Blödsinn Mann. Bist du jetzt tot? Nein. Ach Gott ist das. So. So. Was? Ah diese Pussy. Komm hier runter und kämpfe. Meine Güte. Ja ist gut. So. Oh. Ja ist gut. So. Wieso kann ich... Ja... Wieso hat sie das nicht gemacht? Das nervt! Mann! Ich hoffe, die Sachen von Wohlen hat das zumindest noch nicht beibehalten! Sehr schön! Jetzt habe ich das alles nochmal machen. Wunderbar. Machen wir erstmal das, womit wir mehr Schaden machen. Vielleicht bringt das ja etwas. Und ohne dass ich es weiß, habe ich gerade Besuch bekommen. Und sitzt gerade hinter mir oder neben mir. Und ich weiß nicht, wie lange diese Person schon hier sitzt. Aber... Ein Grinsen auf dem Gesicht. Fünf Jahre. Ich glaube, zwar sollte es nur fünf Minuten sein, aber immerhin. So. So, das haben wir jetzt wieder gemacht. Und wir haben einen weiteren Kristall gefunden. Das ist sehr schön. So, und jetzt... ...geht es wieder los. Dass wir versuchen, diesen Scheiß zu überleben. Ich nehme mal an, das ist eigentlich der erste Bossgegner. Ja! Komm, übelst nervig. Ach! Juhu! Nein! Nicht halten! Juhu! Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal hinrichten. Der Pfeil, der dürfte eigentlich niemals treffen. Aber das ist völlig... Oh, egal. So. Und wieder. Eigentlich liegt der Pfeil ganz woanders hin. Oder der... Ja, Pfeil. Ist da kein Bolzen. So, und... ...dennächst. Alle an derselben Stelle. So, du hörst jetzt auch mal auf mit dem Blödsinn. Mensch, das tut weh. Oder oben auch. So, so. Jetzt hab ich etwas, mit dem ich viel, viel schneller schießen kann, als vorher. Nehmen wir etwas Heilung. Oh, und das Ziel, wie sie hat sich auch verändert. Warum auch immer. Da oben? Ist noch einer? War einer? Was? Ja. Ich schaffe es gerade nicht zu treffen. Ah, wenn man schneller hintereinander schießt kann, ist das doch schon viel besser. Ich werde das verdammte Schwert nicht benutzen. Warum auch immer du gerade bei meinem Laptop warst. Das ergibt keinen Sinn. Hm. So. Schießen wir einfach mal durch Kett auf durch. Einfach. Völlig egal. Ja, hallo. Ich hab mich bemerkt. Und... Hat ja doch noch gereicht. Ja, was ist los? Absache, das wurde jetzt nicht alles von meiner Schussanzahl abgezogen. Ja, und ab wieder den Supertrank. Zaubertrank trinken.